TV3 Eichenhain gegen Susko Offenthal. Let's go! Nimm dann die Zuschauer und wissen, wie es dir geht. Ich hab fett Musikkater, komm mit heute mal. Ja? Aber bist du ready? Ja, für heute starte? Für heute starte? Vielleicht, wenn ich lieber noch ein gutes Spiel. Okay, wir sind gespannt. Erik, für den Vlog, für die Zuschauer. Bist du ready für das heutige Spiel? Auf jeden Fall. Ist es für dich ein besonderes Spiel? Auf jeden Fall, es ist TV. Ja, erklären wir mal warum. Für die Leute, die vielleicht von außerhalb kommen. Einfach, Junge, ich fühle meine ganzen Freunde, das ganze Jugend, alle spielen da drüben. Das ist einfach ein Herzensangenehm. Da geht's nicht um Gewinn oder Verlieren, da geht's um Stolz und Ehre. Das war so schlecht. Wer hat das alle? 3, 21, Karl, ja 3, ist nicht klar. Karl, 21, 19, 16, Robin, Maxi, gehen wir rein. 3, 21, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, Die haben da keinen Bock gegen eine B-Klassen-Mannschaft zu verlieren. Haben die keinen Bock Dörfys, B-Klassen-Mannschaft, zweite Mannschaft zu verlieren. Haben die keinen Bock. Der Tobi hat auch gemeint, dass er... Was diese Jungs im Training so ein bisschen... Ja, kannst du ja erzählen. Mach das auswendig. Mach das alles sofort aus! Der Gegner heute, TV Reichenheim, A-Klasse. Ihr kennt die Jungs, junge Mannschaft wahrscheinlich auch vorne. Der Tudi meint, dass sie da vorne relativ viel Tempo haben. Dementsprechend haben wir auch in der Aufstellung was ein bisschen verändert heute. Und das ist die A-Klasse-Mannschaft. Haben der FC Berlin, wo wir nächste Woche spielen, haben da in den letzten Spielen, glaube ich, 6-1 geschlagen. Ja, die haben der FC Spiele, Tobi, auch gesagt. Alles gewonnen. Die haben Türk SC in der A-Klasse, die erste Mannschaft, die eigentlich nicht aufsteigen wollte, geschlagen. Die können Fußball spielen, junge. Und wenn die motiviert sind, wenn die nur einen Ticken motivierter sind als ihr, dann verlieren wir die Spieler. Und das wollen wir nicht. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes I just gotta believe. Zehn Minuten vor Anpfiff. Wie ist die Mannschaft drauf? Ja, gut. Ist gut? Ist gut, ja. Es ist auch heute ein besonderes Freundschaftsspiel. Es ist mehr so ein Derby-Fieber als so ein klassisches Kicken, oder? Ja, schon, weil viele Freunde von mir hier spielen. Schon keinen Bock zu verlieren. Es wird auf jeden Fall gewonnen. Ja. Guten Tag. Zwei Minuten vor Anpfiff. Zwei Minuten vor Anpfiff. Zwei Minuten vor Anpfiff. So Leute, TV3-Chenein gegen Susco Offental. Das Spiel kann beginnen. Tobi mit dem Ballbesitz auf Malte. Und erstmal ruhiges Spiel auf Tor. Tobi hat gerade einen fatalen Fehlpass gespielt. Also wir spielen gerade besser, muss ich sagen. Aber wir haben hinten auf jeden Fall Unsicherheiten, wo wir dem Gegner einfach Räume offen lassen. Das ist unglaublich. Aber bisher gab es noch keine Preise der Torsituation. Aber ja, Anspannung ist da, Leute. Komm, Robin. Komm, Robin. Hey! Hey! Cheney auf Silas. Silas mit einem traumhaften Hackpass. Geht's dann mal! Spielen! Gute Mitnahme, Silas. Gute freie Situation. Jawoll, Silas. Robin, sehr schnell, Robin, sehr schnell. Stark, Robin. Stark, Robin! Lieber Karl, lieber Karl. Karl, bring das Ding. Lauf keinen Bogen, bring doch das Ding. Hammer. Erste Chance. Erste Chance. Gut gespielt. Ganz stark! Boah, stark. Karl, komm. Bring mal ne geile Flanke. Ja. Ecke, Ecke. Dominik, 20 Minuten sind gespielt. Was sagst du zuerst in 20 Minuten? Also ich würde sagen, die Pässe müssen besser kommen. Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus. Also hinten ist ein bisschen offen, ein paar viele Fehlpässe. Aber ansonsten... Kann man sich gut angucken, gell? Jetzt brauchen wir noch ein paar Torchancen. Raus das Ding. Maxi, raus! Maxi, raus! Komm! Raus, Jungs, komm! Maxi, raus! Maxi, drei, drei Meter, komm! Tobi, ist Höhe! Komm, Maxi! Tobi, genau die Höhe, Tobi! Maxi! Tobi, genau die Höhe, Tobi! Das war ein guter Ball. Das war ein sehr guter Ball. Tobi, das ist Defendinger an der Maschine, Bruder! Ich höre, Julian, dass hier so ein Transformers sind, so ein Defending geht. Denkst, Ball ist weg, kommt nicht mehr dran, dann geht es immer noch. Schade, schade, schade. Komm, Julian! Komm, Julian! Sehr gut, Rot! Sehr gut, Rot! Und jetzt? Komm, raus, 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 raus! Stark, Genia! Gute, falsche Situation! Komm, Robin! Okay, Rückwege! Nicht verkehrt, nicht verkehrt! Gesicht zum Ball direkt, Jungs! Komm, Karl! Jetzt Silas! Silas, komm! Traumhaft abgelegt auf Karl. Oh, so's go, Jungs! Weg, weg, vorbei, Julian! Ja, komm, komm, komm! Katschen, Jungs! Gut so! Ne, ich hab mich mit einem... Ich bin halb schon unterstückt, doch. Ne, ich war mit einem... Oh, ja! Traumhafter Ball von Julian! Geh alleine, Robin! Komm, Robin, verzauber uns! Schiri! Gestreckt drauf, Herr Schiedrichter! Herr Schiedrichter! Da bricht er sich den Fuß dabei! heult auch bis hier... Alter, das hört sich nicht gut an! Das hört sich nicht gut an! Das hört sich nicht gut an! Hallo, Leute! Funktioniert lindo mechanische Training, eingewechselt für Robyn jetzt und die beiden Jungs holen die ab. Geh mit, Dominik! Dominik, mitgehen! Dominik, genau das... Torwart! Boah, erste Chance für drei Eichenhain, aber weil wir hier einen Abstimmungsfehler hatten. Dominik, pass hin, auch wenn es nicht dein Mann trotzdem gut mitgehen, falls dein Fehler passt. Malte, guter Freistoß. Oh, Tobi mit der hundertprozentigen auf den Schlappen. Schade, 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 Leute. Wir haben bald Halbzeit noch. Ich glaube, 30 Minuten. Tobi, tödlicher Pass. Tobi... Digga, das ist ein Aufbaufehler. Tobias, was machst du da? Tobi, mach werden, bitte. Echt wegen Arbeit? Der geht aber. Lass mal Silas zaubern. Stark Silas! Ganz stark gespielt Silas! So, Leute. Es ist Halbzeit. Wir gehen in die Kabine. Fürs Korbenthal spielt auf jeden Fall deutlich besser als TV3 Eichenhain. Los, das ist ein Aufbaufehler. Der ist gebrochen. Er ist jetzt Digma nicht. Er ist bei mir auch gegangen. Jungs, kurz. Kurz. Kurz, Silas und dich. Zwei Mal wurdest du klar gefällt. Aber solange nicht dein... Was du gerne machst, machst, weißt du das nicht? Ja, okay, ich fangen wieder an. Ich dachte, das geht doch ohne. Ich dachte, das geht doch ohne. Nein, bei dem Komische nicht. Aber ich habe nicht. Ja, bei dem Komische nicht. Keine Ahnung, egal. Das ist ja auch gut. Los, wir sind jetzt mal ruhig. Tief Luft holen. Stolz auf die Mannschaft. Das ist unfassbar, Mann. Das ist eine Mannschaft, die in der A-Klasse in den letzten Spielen dominiert. Ich weiß nicht, wer bei denen fehlt. Eins, zwei ist egal. Die einzigen Möglichkeiten, die sie haben... Nein! Es ist egal! Es ist mir scheißegal! Hab ich was gesagt? Kopf hoch, Kopf hoch! Es ist gerade Konchespiel. Es ist gerade... Du willst zu viel, passt. Es ist mir scheißegal. Wir haben sie nur eingeladen. Sonst haben sie sich selber... Haben sie was herausgespielt? Nein. Haben sie was herausgespielt? Nein, nein. Weil ihr die Räume zumacht. Und weil dieser Kank hinten 100% Zweitkampf hat. Das ist eine starke Maschine. Ich würde mal Applaus für die Jürgen. Und der da gewinnt. Das einzige, was mir noch fehlt, ist die Belohnung. Und zwar die Belohnung, wenn ihr vorne presst und den Ballgewinn haben. Und ihr seht, wie viel Ballgewinn wir hier vorne haben. Ihr kommt mit dem Pressing besser, klar. Auch jetzt mit diesem Hochstehen. Weißt du, für dich einfacher? Ich habe dich gerade gesehen. Du bist vorne. Warum? Weil du weißt, du hast Maxi und Lena hinten. Es ist viel, viel einfacher, wenn du zwei rechts neben dir links hast, die Tempo haben. Deswegen nutzt es heute auf. Was mich aber stört, ist... Was sagst du zum Spielverlauf? Im Spielverlauf juckt mich nicht, Digga. Wir haben Tore sein. Der Mann ist nicht mal gemacht für die zweite Suscu-Mannschaft. Und was sagst du jetzt, zweite Halbzeit? Zweite Halbzeit, Bro. Also ich muss sagen, ich bin der ersten Halbzeit später zugekommen. Suscu scheint besser zu spielen. Ich tippe mal auf ein 2-0. Zwei Buden in der zweiten Halbzeit für Suscu. Was ist eure zweite Halbzeit-Prediktion? 2-0. Für uns? Fahne. Alle machen das Fahne. Für uns. 1-1-2. Let's go. JT, Seitenschiedsrichter. Macht jetzt Fahne. Zweite Halbzeit, let's go. Langer Ball. Riemen ab. Riemen ab. Gut, Julian! Zeit, ganz ruhig. Wollt ihr so. Der Frau baut auf. Komm, komm, komm! Die dahin steht, die dahin steht! Ends Leben! Weiter Suscu! Jetzt Chani fängt ab. Jetzt schickt der, SAY. Ja! Ja! Stark, Junge. Stark, Hammer. Jawoll. Stark, Junge. Schön abgezogen. Zweite Reihe. Bude eins von zwei. Stark, Hammer. Ganz stark, Jungs. Stark, Junge. Stark. Machen wir das eng? Oh, jetzt ist es ein bisschen Tempo. Stark von Czerny. Karl steht. Komm, zieh rein, zieh rein. Sehr gut, Karl, Junge. Vamos. Back bei Malte. Langer Ball. Und da ist er weg. Komm, Dominik, komm, du bist schneller. Komm, komm, Junge, komm. Oh, der fickt Dominik. Bleib dran, Dominik, innen fahren. Ganz stark, Dominik. Und Dominik, komm, stark, stark. Oh, der fängt jetzt. Ja, Jenny, Junge. Der rettet, Junge. JT auf neuer Position. Ganz stark, er macht die Seite zu. Keiner kommt vorbei. Einzigartiger Profi. Genau. Eckball TV. Stark, Julian. Sehr überragend. Der Zweite. Das ist weg. Jetzt. Muss schießen, muss schießen. Aber easy. Ganz einfach, man. Ganz einfach, ganz einfach. Komm, Tobi. Jetzt hat er Platz, der Mann. Komm, such die Lücke. Du hast ein bisschen zu viel gesoffen gestern. Ganz einfach, ganz einfach. Und jetzt kommt er, nee, faul. Jetzt geht's einfach um. Abgefangen. Machst du jetzt Zeit? Ganz einfacher Ball. Kallutschiert. Das ist ein Profi, das ist ein Profi. Die zwei Linken. Konter TVD. Julian, der Züde. Weltklasse, Junge. Weltklasse, Junge. Stark, Junge. Eckball TV. Sie lassen mit der Hacke, Junge. Die Premier League. Bisschen Ticke-Tacke, bisschen El Clasico. Jetzt kommt er, jetzt Konter. Warum läuft er nicht gerade aus? Komm, komm, komm. Aber da steht auch keiner, ne? Ja, aber wohin? Flanke TVD. Oh, jetzt ist es gefährlich. Ah, Hand. War das Hand? Das war Hand? Nee, Julian. Julian, klärt bitte. Auf den Hocker, jetzt hat Tobi. Und jetzt komm, jetzt kommt, Konter, jetzt komm. Langer Ball auf... Ah, jetzt ein bisschen wieder ruhiger im Spiel. Da hat er Angst, der Junge. Oh, und Silas wieder da. Stark. Stark, Junge. Stark. Stark, Junge. Stark. Ja, der ist weg. Jawohl, Junge. Stark, Junge. Stark, Silas. Weltklasse, alle. Krass, Junge. Tschüss. Stark, Silas. Stark. Weltklasse. Gute zwei von zwei. Komm, komm, komm. Da hat er Angst, der Junge. Oh, und die Last wieder da? Stark, Junge. Stark, Silas. Weltklasse. Karte Linie. Komm mal. Hilf ihm. Silas führt schnell aus. Carlos Bogen. Stark, Junge. Stark, Karl. Stark, Junge. Die Jungs sind bereit reinzukommen. JT ist heiß. Möchten Sie sich setzen? Wenn hier auch mal noch ein paar Dehnungen sind. Oh, oh, oh. Ein bisschen getribbelt. Und jetzt raubt ihn wieder drinnen. Na, Verletzung. Gefährlich, Junge. Komm, haut ihn weg. Ist der Ball. Freistoß. Gefährliche Position. Ungefähr 25 Meter. Oh, oh. Boah. So ein großes Feuerball, Junge. Bam. Auf geht's. Boah. War gut geschossen. Das war wohl doch nichts mit meiner 2-0 Prediction. Alex, du wohl, Junge. Und zwar ein Spielfeld. Boah. 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 Weiter geht's. Max im Klang dabei. Silas verliert. Silas verliert. Boah. Aber jetzt. TV hat wieder Mut. Aber jetzt kommt nochmal. Amma klaut bei. Amma. Komm, 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 Junge. Ja, steht aber auch niemand da. Komm. Warum ist da keiner? Ja, da ist auch keiner. Fynn, war es dein Resümee? Hm. Hm. Ladies, was ist euer Resümee? Hm. War es? War es dein Resümee? Ist nochmal ein Tor gefallen? Dreh die Sache nicht um. Guck mal, wir haben ein persönliches Problem. Die Sache ist auf, Bruder. Wir haben ein persönliches Problem. Mach nicht auf. Haha. Ja, joh. Hör auf zu reden, du Schwanz. Komm nach Düsseldorf. Komm nach Düsseldorf. Komm nach Düsseldorf. Komm, wohin du willst. Komm, wohin du willst. Reicht. Mal von TV. Da muss jetzt wieder mit Maxi kommen, Junge. Komm jetzt nochmal drauf. Uh, gefällig. Gefällig. Boah. Einfach. Weiter geht's. Ein Wurf. Robben zaubert wieder. Uh, jetzt gefährlich. Wieder im Konter. Zieht er ab? Nein. Er macht Dribbling. Jungs, mach mal zu. Mach mal zu. Kann nicht sein. Oh, der ist durch. Das wird gefährlich. Aber 10 Meter vorbei. Lange Ball. Dribbling. Robben ist Zeit. Der Dribbling. Er macht Zange. Oh, da war nix. War nix. Schiri, war nix. Dreh dich, Junge. Dreh dich. Ah, er zaubert. Nein, wieder gefährlich. Boah, das liegt an den Haaren. Hätte er die Haare, hätte er gefangen. Das ist gefährlich. Maxi, musst du den Arm? Einfach. Einfach. Da musst du jetzt ein bisschen mehr Konzentration rein, Jungs. Auf, dass der für jede Kleinigkeit frei ist. Sag mal, bin ich heute Highlight oder was? Was denn los bei dir, Digga? Ich geb dir schon Kopfluss, Digga. Mach dich nicht größer als du bist, du Schwanz, du. Du Schwanz. Oh, langer Ball. Stark, Tobi. Oh, der macht Flickschack. Eckball. Da musst du hin, da musst du hin. Komm, jetzt Konter, jetzt Konter, jetzt Konter. Komm, Alter, komm, geh, geh, mach mit. Tschüss. Was machst du für einen Scheiß, Junge? Tschüss, Junge. Tschüss, Junge. Komm, mach zu. Mach zu. Und jetzt raus. Komm, Karl, Uchi. Komm. Deiner. Kann ich ein bisschen zumachen. Ein bisschen konsequenter, Jungs. Komm. Da war nichts. Jetzt Konter. Komm, komm, komm. Zieh. Zieh, Amar. Ruh. Komm, komm, komm. Ruhig. Amar macht. Wettet. Schöner Ball, Junge. Schön. Karl steht. Schickroppen, schickroppen. Stark, Junge. Komm, komm. Zieh, zieh. Ah, ah, ah. Anzeige. Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Komm mal Eckball. Deja Vu? Nein. Oh, da ist Amar. Der steht wie Ronaldo. Zwei Meter oben. Wie Ronaldo. Aber der hat halt den Kopf nicht hinter wie Ronaldo. Warte, warte, warte. Wartet mal. Oh. Oh Gott, Freunde. Freundschaftsspiele hinterher. Ein Kommentar noch von Jägui Strauss. Ruhig. Du weißt noch warum. Ruhig. 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 Oh. Kostet. Muss nicht sein. Kostet. Es kostet. Ruhig. Ruhig. Danke, danke. Danke für die Kasse. Alles für Frag. Solange ihr saufen könnt, ist es okay. Was ist da, Junge? Ruhig. 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 War nichts, Sportfreund. War nichts. JT, bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Was sagst du? Wie viele Tore machst du? Bruder. Kein Kopf. Ruhig. 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 Aufsides. 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 Kein Problem. Hat Schini gut gesehen. Sportfreund hat es gut gesehen. Ganz wichtig. Niemals hat er das gesehen. Jetzt kommt Robin. Er macht ein bisschen Spagat. Erich reingekommen. Amal, guter Ball. Aber Annahme ist gut. Komm, Erich. Der hat 10 an der Technik. Der hat 10. 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 Stark, Erich. Stark, Stark. Heute bisschen Flutsche war ganz okay. Sportfreund. Noch einmal. Sportfreund. Gehen wir nach vorne. Oh, Erich. Erich. Torwart, komm. Da musst du 1, 2, 3 Meter vorne stehen. Wer hat der denn früher? Wir danken uns. Bandsau Nummer 18. Robin. Robin, danke dir. Jetzt JT sein Moment. Nein. JT sein Moment. Jetzt macht er es. Heute werden Legenden geboren. Oh, ist der schnell. Oh, der hat Pacer. Da der Pacer. Oh, ein langer Ball. Tobi? Tobi oder Alex? Ja. Sicher. Sicher. Langweil Alex. JT! Ja, Junge! Wo zieht die Fehler? Wernerin! Boah, stark. Was macht denn der Tee? Starker. Ja, hier kommt die EU. Richtig, richtig JT. Alles gut, Jan? Ja. Vier Minuten Nachspielzeit. Ciro hat es gerade angezeigt. China macht jetzt einen langen Freistoß. Den 16er? Was macht der? Weiter, 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 weiter. War nichts. Und jetzt ist der Sieler vorbei. Der trübelt durch. Der trübelt durch. Der macht es nochmal. Der macht es nochmal. Der macht es nochmal. Ja, versuch's. Ja, versuch's. Ja, versuch's. Ja, versuch's. Ja, versuch's. Wenn Jan heute ne Bude macht, mach ich nen Backflip. Halt dein Maul. Habts gehört, Leute. Jan, mach ne Bude. Jetzt langer Einwurf. Gefährlich. TVD, jetzt eine Nachspielzeit. Stark, Maxi. Wichtig. Wichtig, Junge. Richtig, Junge. Einmal mit Reiburg oder so. Gefährlich. Oh, da muss der. Tobi. Komm, komm. Rein, rein, rein. Gefährlich, Junge. Gefährlich. Da muss man richtig dahinter, Junge. Oh, jetzt hat der Kampf. Der hat Krampf, der Mann. Er hat nen Krampf. Der Mann braucht bisschen Magnesium. Er hat nen Krampf. Der Mann braucht bisschen Magnesium. Er hat nen Krasen. Hör auf zu reden, du Schwanze. Aber da steht er wieder. Da steht der Mann wieder. Da steht der Mann wieder. JT, stark. Ne, großartig. War noch nix. Ne, wo denn? Wo denn, Sportfreund? Wo denn? Hier, wo denn? Tim Reiss, Tim Reiss, Tim Reiss. Ja, der Mann. Ja, der Mann. Ja, der Mann. Kommt nach jetzt weg raus. Maxi. Boah. Stark, Alex. Richtig. Richtig. Jetzt kommt er. Tim mit langen Ball. Komm, JT, komm. Auf Jan, Deiner. War nix, Sportfreund. War nix. Gut, dann müsst ihr ein bisschen konsequenter. Jetzt tief was machen. Komm, komm, komm. Jetzt einer rein. Einer rein da, Junge. Komm, raus. Stark. Stark, Tobi. Dann kommt er da hin. Wichtig, Junge. Sehr gut Sportfreund gepfiffelt. Super. Genauso. Wer es übernimmt? Martin Lang. Tim steht. Ne, mach. Ne, mach. Ne, mach. Trim. Ja. 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 Ja! 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 Das Spiel ist vorbei, Erik Brunko in der letzten Sekunde trifft zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Finesse und dem rechten Fuß. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog Spaß gemacht, ich hoffe, euch dieses Spiel unterhalten. So, nehmt, mach den lang, den steht, nehmt. Und Leute, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um diesen Kanal weiterhin zu supporten. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dann. Drei Backpfeifen. Backpfeifen. Patsch, Patsch, Patsch. Und dann lag der da.